Hey, hallo! Willkommen beim Achtung... Podcast! Ja, hallo, hier auf dem Gemeindefest, da ist ordentlich was los. Wir sind hier in den Katakomben, hier gibt es Backstage. Backstage, wenn ihr vielleicht mitkommen wollt, ich zeige euch das mal kurz. Komm mal vorbei. Hier, kommt mal mit. Ist das ein Video? Achso, ich mache mich hier die ganze Zeit für ein Foto. Achtung, 2011, 50 Jahre Simeon. 50 Jahre Simeon. Endlich mal wieder. Hier hinten rum, das ist in der Simeonkirche ziemlich weit. Wenn wir hier noch weiter gehen, dahinten ist dann unser ganzer Kram. Ich zeige euch das dann später, wenn wir durch sind, betreiben. Und dann könnt ihr auch mal sehen, dass wir so einen Equipment haben. Das ist nämlich eine ganze Menge. Alles klar, bis später dann. Ciao! Und hinter uns sind die Supertänzerinnen. Hier, 32 Stück. 32 Stück. Ein Stück Tänzerinnen, bitte? Unglaublich, ne? Ja, ja, das ist toll, das ist toll. Sie können alle toll tanzen. Sie sehen alle ganz toll aus. Ja. Wir hatten gerade angekündigt und jetzt geht's ab hier. Jetzt. Jetzt geht's ab. Habst du schon mal was von der Band Achtung gehört? Ja? Von der Band Achtung? Naja. Naja. So, und hier seht ihr jetzt ein paar Bilder vom Gemeindefest. Das da, das ist Roger. Das ist Frank. Den kennt ihr alle schon aus dem Fernsehen, klar. Das ist Dirk. Das könnte ich sein. Und dann haben wir sie schon wieder alle beisammen auf der Bühne. Verschlochen. Hey, die kommt für Bekannpunkt. Tschüss, Schneider. So, hier sind wir in Stuttgart. Hier ist es vielleicht rund gegangen. Habt ihr ja schon gesehen vielleicht. Oder wollt ihr euch das mal wieder anschauen? Weil in Stuttgart, da geht was. Da geht echt was. Wir zeigen euch mal ein paar Bilder hier beim Achtung Podcast. Schaut rein. Haus-Raus-Raus-Raus-Raus-Auf-Raus-Auf-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus-Raus- Harry, ein echter Stuttgarter, redet jetzt mit mir. Achtung, I prefer Achtung. Forever and whenever, whatever, whatever you want. Best bei Achtung. Heute war wieder ein sensationeller Abend. 20 Frauen haben mich gefragt, ob ich heute Abend hatte. Mädels, ich bin vergeben. Regen. Achtung, es ist eine super Band. Also absolut top. Leider habe ich das Lied ja erst relativ spät gespielt. Aber ich verspreche, am 7. November bin ich wieder hier. Da spiele ich zwei Lieder von Achtung. Und ich habe gehört, dass eine Frau sofort zu Dirk gelaufen und sagte, ein sexy Song. Wer ist der Sänger? Sag mal, gute Nacht. Ja, das will ich gerne tun, liebe Achtungsfans. Guts Nächtle. Achtung. Guts Nächtle. Guts Nächtle. Forever you want. Ja, das Lied hieß, dafür. So hieß das Lied. Genau. Dafür haben wir jetzt ein Problem. Wir kommen hier nämlich nicht mehr raus. Scheiße. Dafür haben sie uns eingesperrt. Finde ich dafür ein bisschen heftig. Ich. Hehe. Leid hieß das Lied. Ja, das Lied. Und ich. Das Lied hieß. Vielen Dank.